Jo, Freunde der Vorurteile, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Wenn ihr keine Transperson daten wollt, weil sie trans ist, dann seid ihr ab sofort transfeindlich. Tut mir leid, eigene Präferenzen gibt es nicht mehr. Der YouTuber Salami hat nämlich genau dazu ein Video hochgeladen. Eine TikTokerin hatte sich beschwert, dass sie nach einigen Dates erst gesagt hat, dass sie trans ist. Und der Typ, den sie gedatet hat, der hat das Ganze nicht für gut befunden und hat sie in Sprachnachrichten dann auch sehr respektlos behandelt. Ich stehe einfach nicht auf. Na, ganz einfach. Tut mir leid, dass du das findest und dich angegriffen fühlst. Das sind ganz normale Ansichten. Und ja, da tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber es ist, wie es ist. Du bist ein Mann, ich bin ein Frauen. Ich bin noch nicht Teil des Problems. Ich habe nichts mit dem Problem zu tun. Es gibt kein Problem. Das ist in meinem Kopf. Es gibt kein Problem. Ich stehe nicht auf Männer. Und egal, inwiefern du dich operiert hast oder nicht, wenn man dir so den Kindern beibringen, dass es vollkommen normal ist, es ist nicht vollkommen normal. Es ist nicht. Das Ganze geht natürlich gar nicht. Transmenschen sind ganz normale Menschen wie du und ich. Also bitte behandelt sie mit Respekt. Salami hat dann aber trotzdem gesagt, dass es schon sinnvoll wäre, wenn man direkt am Anfang sagen würde, dass man trans ist. Da das für einige Leute nun mal ein Ausschlusskriterium ist. Finesse hat dann darauf reagiert und das gucken wir uns an. Sollen trans Personen also beim Daten direkt sagen, dass sie trans sind oder nicht? Finesse sagt das hier. Nein, müssen sie nicht. Also eigentlich kann ich das schon ein bisschen vorweg nehmen. Nein, trans Personen müssen sich nicht daten direkt. Man muss auch nicht erzählen, was für Operationen man hat oder irgendwas. Es geht am Anfang erstmal ums Kennenlernen und nicht um, oh ja, ich muss jetzt von allen meinen Operationen erzählen. Das müssen ja cis Menschen auch nicht. Also keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man halt beim ersten Date vielleicht einfach nicht erwähnt und nicht erzählt. Das sehe ich so ein kleines bisschen anders. Nehmen wir erstmal die Sache mit den Operationen. Also ich finde ja gerade das ist eigentlich das Wichtigste. Denn selbst wenn man sagt, hey, ich habe auch nichts dagegen mit einer Transperson zusammen zu sein, ist es ja trotzdem die Frage, hat sie einen Penis oder hat sie eine Vagina? Einige wollen, dass sich sowas wie Jappi halt nicht wiederholt. Und natürlich müssen cis Personen nicht von ihren OPs erzählen. Die haben ja auch nicht ihren kompletten Körper anpassen lassen. Wen juckt's, ob du mal eine Knie-OP hattest als Beispiel? Die Frage ist natürlich, was bringt es überhaupt, das Ganze nicht zu erzählen? Denn es gibt nur mal Menschen, die mit Transpersonen nicht daten wollen. Dazu kommen wir später. Man investiert also Zeit in jemanden. Man schreibt vielleicht richtig lange miteinander. Man trifft sich eventuell sogar. Und hoffentlich hat man in der Zeit dann auch keine andere Person gedatet. Nur damit es dann nach dieser ganzen Zeit rauskommt und die Person kein Interesse mehr hat, was man auch einfach vorher hätte klären können. Wenn es schlecht gelaufen ist, hat man vielleicht dann auch als Transperson sogar schon Gefühle entwickelt, die dann natürlich einfach gebrochen werden, was nie dazu gekommen wäre, wenn man ehrlich gewesen wäre. Dass Finesse da auch eher ideologisch rangeht, das merkt man auch an so einer Aussage hier. Übrigens auch eine Bezeichnung, die ich nicht cool finde, male to female, weil es ist female to female. Man verwandelt sich nicht irgendwie von männlich zu weiblich, sondern ist weiblich und gleicht gegebenenfalls den Körper an. Und es ist aber halt female to female. Es geht doch darum, dass ein biologisch männlicher Körper an einen weiblichen Körper angepasst wird. Das heißt ja male to female. Dass Transpersonen in ihrem Kopf sich dann schon immer als Frau gefühlt haben. Ja, das ist komplett in Ordnung, aber es geht ja um die körperliche Anpassung. Warum sollte man das dann so nicht sagen? Fakten? Ja, nee, du, sorry, das fühle ich nicht so. Ich finde es auch komisch, also auch eine Cis-Person sagt ja nicht beim ersten Alter. Ich bin übrigens Cis. Warum muss da eine Transperson das machen? Ähm, naja, vielleicht muss man das nicht sagen, weil es halt die Norm ist und man ja davon ausgehen kann. Laut dem RKI sind 4,6 von 100.000 Personen trans. Die Chance, eine Cis-Person zu treffen, liegt also bei über 99%. Das ist also etwas, was man nicht unbedingt ansprechen muss, weil man davon einfach rausgehen kann. Ein großer Punkt, der immer angesprochen wird, ist ja die Tatsache, dass Transfrauen keine Kinder bekommen können. Dazu sagt Finessi folgendes. Das ist halt auch nur irrelevant, wenn man irgendwann zu Familienplanung kommt. Auch da ist es ja irrelevant, weil es gibt halt auch Cis-Frauen, die keine Kinder bekommen können oder möchten. Das ist dann einfach nur eine Frage von, möchten wir Kinder? Okay, um welchen Weg geht es? Also es ist keine Frage, ob du trans bist, sondern kannst du Kinder austragen oder nicht? Ja, auch einige biologische Frauen können keine Kinder bekommen. Aber was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Laut einigen Schätzungen sind 8-10% der Frauen unfruchtbar. Bei Transpersonen sind es aber 100%. Biologische Kinder sind also gar kein Thema, wenn man eine Transperson datet, weil das einfach nicht möglich ist. Viele biologische Frauen wissen dazu ja auch gar nicht, dass sie unfruchtbar sind. Die können das also gar nicht sagen. Ich will beispielsweise ebenfalls noch Kinder haben, aber auf jeden Fall biologische Kinder. Eine andere Option gibt es für mich nicht. Das heißt, auch unfruchtbare biologische Frauen sind einfach nicht in meinem Beuteschema. Und das ist doch auch absolut legitim. Genau, heißt das jetzt, unfruchtbare Frauen müssen das jetzt auch beim ersten Date sagen. Ist ja überhaupt nicht unangenehm und hat erstmal auch gar nichts damit zu tun. Ey. Ja, es gibt auch eine Krise, die Kinder bekommen können, aber nicht wollen schon, ja. Ja, manche Frauen wollen ebenfalls keine Kinder. Aber erstmal kann man das auf Datingseiten einfach direkt angeben. Zweitens, gerade in einer Kennenlernphase kommt man ja vielleicht nicht beim ersten Date, aber vielleicht beim zweiten oder dritten eben genau auf dieses Thema zu sprechen. Spricht das Ganze dann ab und dann kann man die Kennenlernphase ja auch wieder beenden. Halten Sie sich die Meinung. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die das direkt am Anfang wissen wollen, weil es für sie halt ein Ausschlusskriterium im Datingbereich ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt Menschen wie sie zum Beispiel. Ja, aber warum ist das beim Dating für dich ein Ausschlusskriterium? Und wenn du dich die Frage stellst, könntest du vielleicht zu einem Ergebnis kommen, warum das manche als transfeindlich sehen? Erstmal ist es natürlich der eventuelle Kinderwunsch. Dann natürlich auch die Frage, welches Geschlechtsteil diese Person denn eigentlich hat. Dann gibt es natürlich einfach Leute, die grundsätzlich einfach nur auf biologische Frauen stehen und nicht auf trans Frauen. Und das ist doch auch absolut legitim. Selbst wenn es jemandem beim Dating gar nicht auffällt, dass die Person trans ist, hat man diese Präferenz dann eventuell trotzdem und das ist doch auch absolut in Ordnung, wenn das der Fall ist. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel Schwarze, Weiße oder Asiaten nicht attraktiv finden. Das ist halt die Präferenz, die ein Mensch hat. Und es ist ja nicht rassistisch zu sagen, hey, ich date keine weißen Personen. Ich finde halt Schwarze einfach attraktiver. Das ist doch absolut in Ordnung, wenn man so eine Vorliebe hat. Jetzt kommt ein sehr, sehr komisches Beispiel. Ja, und ich möchte das gar nicht miteinander vergleichen. Und Twitter wird auf jeden Fall brennen. Aber hört mir erstmal zu. Stellt euch mal vor, ihr schreibt mit einer Person. Vielleicht eine Woche, vielleicht zwei, ihr versteht euch super, alles passt perfekt. Dann trefft ihr diese Person und sie sitzt im Rollstuhl. Und ihr wollt einfach keinen Partner haben, der so eine Beeinträchtigung hat, weil euch das beispielsweise im alltäglichen Leben einfach zu anstrengend ist. Die Person hat das aber vorher nicht gesagt. Das heißt, man wird höchstwahrscheinlich den Kontakt abbrechen, weil man das halt nicht möchte. Und beide Seiten haben einfach Zeit verschwendet, als wenn man da direkt ehrlich gewesen wäre. Hat der sowas schon mal, hat der was von Persönlichkeiten gehört? Also ich glaube nicht. So, wenn ich irgendwie so anblicke. Aber tatsächlich muss man nicht jede Person daten, weil man auch nicht jede Person mögen muss. So. Also, wenn du auf Persönlichkeiten stehst, dann ist dir das Geschlecht ja egal. Das heißt, dann bist du eigentlich pansexuell. Ja, man muss nicht jede Person mögen. Aber es ist doch absolut legitim, Menschen mit bestimmten Eigenschaften aus seinem Beuteschema auszuschließen. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel nicht mit Fußballern zusammenkommen wollen oder mit Übergewichtigen oder mit Leuten, die viel zocken. Und es ist doch absolut legitim, dass man sich seinen Partner nach seinen eigenen Vorstellungen aussucht. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte keine Beziehung mit einer Transperson sein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, wenn die Person das für sich so entschieden hat. Und das verstehe ich nicht. Warum fair? Warum ist das unfair? Muss ich jetzt auch irgendwelche anderen Sachen aus meiner, weiß ich nicht, Kindheit, Jugend direkt auf den Tisch legen oder was? Also, oder ist das unfair, wenn ich nicht alle Sachen, die in meinem Leben mal passiert sind, auf den Tisch haue? Auch das ist halt einfach Waterbordism, aber in Ordnung. Nein, logischerweise muss man nicht sein komplettes Leben beim ersten Date erzählen. Aber bei Transpersonen wird logischerweise der komplette Körper angepasst. Eine Neovagina funktioniert ja auch nicht zu 100% wie eine biologische. Und sowas sollte der eventuelle Partner dann halt schon wissen. Bei so krassen Eingriffen macht es halt schon Sinn, das Ganze vorher zu sagen. Denn rauskommen wird es früher oder später sowieso und am Ende gibt es dann einfach nur Streit deswegen. Die Frau bei TikTok sagt übrigens das hier. Du willst einfach nur nicht in die Situation kommen, dass du eine Transperson vielleicht nach zwei, drei Treffen sympathisch findest. Weil dann müsstest du dich mit deinem Problem auseinandersetzen. Das ist so nicht tolerant. Ich finde immer noch nicht, dass bestimmte Präferenzen beim Dating irgendwas mit Toleranz zu tun hat. Du kannst doch niemanden zwingen, dich zu nehmen, obwohl deine Eigenschaften vielleicht einfach nicht zu der anderen Person passen. Ich zum Beispiel bin auch... Na gut, ich würde auch eine Transperson mit Schwanz daten, der gar sage ich dir, wie es ist. Du kannst doch nicht zwingen, dich als Transperson zu nehmen und sagen, hey, wenn du mich deswegen nicht möchtest, dann bist du einfach nicht tolerant. Das ist halt irgendwie ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Es werden einfach Probleme geschaffen, wo keine sind, um sich irgendwie in die Opferrolle zu packen. Was ich hier halt wirklich überhaupt nicht verstehe. Man kann auch tolerant sein, ohne dass man mit diesen Personen intim werden muss. Sie macht das Thema auch irgendwie viel zu einfach, habe ich das Gefühl. Also was ist, wenn zum Beispiel die Transfrau noch ein männliches Geschlechtsteil hat und der Mann... Das nennt sich Penis. Männliches Geschlechtsteil. Es ist nicht männlich, wenn es bei einer Frau ist. Ach so, Penisse sind jetzt also keine männlichen Geschlechtsorgane mehr, wenn sie an einer Frau hängen. Da ist wieder die Frage, was ist ein Mann, was ist eine Frau, aber Biologie wurde hier auf jeden Fall mal wieder durchgespielt. Weil man... Was heißt vorenthalten? Enthalte ich Menschen vor, wenn ich nicht direkt zum Beispiel über irgendeine Beziehung von damals rede? Wenn ich über eine Blinddarm-OP nicht rede? Sind das dann Dinge, die ich vorenthalte oder die einfach da nicht zur Sprache kommen, weil sie vielleicht auch einfach nicht wichtig sind? Sie vergleicht frühere Beziehungen und eine Blinddarm-OP mit der Anpassung eines kompletten Körpers. So ein Eingriff ist doch viel, viel größer. Was juckt es einen denn bitte, ob du mal eine Blinddarm-OP hattest oder was in deine vorherigen Beziehungen gelaufen ist? Zumindest am Anfang. Das kann man doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Tatsächlich gibt es aber auch zwei Punkte, die ich irgendwo nachvollziehen kann. Der erste ist das hier. Ja, und das ist eben das Coole, wenn man es vorher nicht sagt, dass halt weniger vorurteilbehaftete Menschen, also die Menschen weniger vorurteilbehaftete Menschen sind. Dass Trans-Personen unter Diskriminierung und Vorurteilen leiden, ist halt absolut richtig. Und ich kann den Aspekt schon irgendwo verstehen, dass man da eher als Mensch gesehen werden möchte, anstatt direkt als Trans-Person und dann eventuell auch teilweise negativ. Allerdings sehe ich halt trotzdem nicht so ganz den Sinn dahinter, das nicht zu sagen. Der zweite Punkt ist dann folgendes. Es kann es übrigens auch sein, dass man in gefährliche Situationen kommt, zum Beispiel aufgrund halt von Diskriminierung und Transfeindlichkeit. Das kann natürlich zu Gewalt kommen. Das kann ich ebenfalls irgendwo verstehen. Trans-Personen erfahren sehr viel Gewalt. Und natürlich serviert man sich auf dem Silbertablett, wenn man das halt direkt sagt. Und natürlich kann es passieren, dass wenn man das direkt sagt, man durchaus Gewalt erfahren kann. Was kann ich aber abschließend dazu sagen? Ich persönlich sehe halt trotzdem keinen Sinn darin, das Ganze nicht zu sagen. Es gibt nur mal Personen, die Trans-Personen nicht als Partner haben wollen. Und das finde ich, wie gesagt, auch absolut legitim. Indem man das Ganze dann quasi geheim hält und nicht sagt, sondern erst nach ein paar Dates, sorgt es halt genau für das, was diese TikTokerin erlebt hat. Man entwickelt vielleicht Gefühle, man investiert viel Zeit in diese Person und am Ende klappt es sowieso nicht, da sich das in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht ändern wird, dass man sagt, ach naja, jetzt plötzlich ist mir das doch ziemlich egal. Am Ende verschwenden einfach beide ihre Zeit und das ist halt einfach unnötig. Was da geht dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dann. Okay, thanks, bye.